Hallo allseits und Willkommen zu einer weiteren Folge von Suriels Modcast. Diesmal schauen wir uns einen Total Conversion Mod von Mountain Blade Warband an und zwar The Last Days of the Third Age. Und bei dem Namen sollten Tolkien Fanherzen natürlich schon höher schlagen, denn ja, es ist ein Herr der Ringe Mod. Der Mod wurde 2011 gestartet von einem Modder mit dem klangvollen Pseudo Ancient Wanker, also uralter Wichser. Ancient Wanker hat sich dann irgendwann aus dem Projekt zurückgezogen, aber die verbleibenden Modder haben weiter an TLD gearbeitet und tun das anscheinend immer noch. TLD war ursprünglich eigentlich auch kein Mod für Warband direkt, sondern ein Mod für das erste Mountain Blade. Aber sie haben es halt geschafft den Mod zu konvertieren und deshalb können wir auch mit Mountain Blade Warband in den Genuss kommen jetzt. So, ich schlage vor, genug geschwafelt. Schauen wir uns den Mod mal an. Ein ganz kurzer Hinweis zur Installation noch, bevor wir loslegen. Die Seite wo ihr den Mod runterladen könnt, findet ihr in den Anmerkungen des Videos. Die Installation ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht auf der Seite auf die Checkbox, die Mountain Blade angibt. Dann ladet ihr von oben nach unten die drei Files runter, die ihr dann dort sehen werdet. Also Standalone Mod, Warband Patch, Nightly Patch und in genau der Reihenfolge entpackt ihr sie dann ins Modules Verzeichnis von eurer Mountain Blade Warband Installation. Und dabei immer alle überschreiben wählen. Ihr braucht alle drei Files, inklusive den Nightly Patch, auf jeden Fall mit der neuesten Version von Mountain Blade Warband. Sonst, crasht es einfach ohne Ende. Gut, wo wir das hinter uns haben, fangen wir einfach mal ein neues Spiel an und schauen uns die Charaktererschaffung an. Die erste Auswahl, die man treffen muss ist, what do you fight for? The dawn of a new era or the twilight of man? Das heißt, man kann halt entweder für die Guten spielen, sprich für die Freien Völker oder für Sauron und oder Saruman. Wir schauen uns mal beide Optionen an. Wenn ich jetzt also zum Beispiel für die Guten spielen kann, kann ich spielen als Mensch, Elf oder Zwerg. Und wenn ich jetzt nochmal einen Menschen auswähle, dann habe ich hier noch weitere Auswahl. Ich könnte sein, ich könnte aus Gondor stammen, ich könnte aus Rohan stammen, ich könnte ein Dunedain sein, ein Bjerninger oder sogar aus dem nördlichen Königreich von Dale stammen. Genauso bei den Elfen hat man unterschiedliche Möglichkeiten, dann Rivendell-Elfen zu spielen, in Deutschland auch bekannt als Bruchtal und Lord Elrond zu dienen oder Lord Lorien von Lady Galadriel geführt oder einen von den Mirkwood- oder Düsterwald-Elfen zu spielen, die dann Tranduil dienen. Schauen wir uns... Oh, und die Zwerge habe ich vergessen. Ich vergesse immer die Zwerge. Zwerge kann man Erebor oder Ironhills wählen. So, schauen wir auf der anderen Seite. Da habe ich dann die Auswahl, will ich Sauron dienen oder Saruman. Wenn ich Sauron diene, habe ich die Auswahl, ein Ork zu sein, ein Uruk zu sein, also die neue Brut von Orks, oder ein Mensch zu sein, der von Sauron unterjocht wurde. Und wenn ich jetzt hier ein Mensch nehme, habe ich auch da wieder Auswahl. Ich kann ein Haradrim sein. Ich kann ein schwarzer Numenora sein. Ich kann ein Pirat von Umbar sein. Korsar nennt sie sich, ein Korsar von Umbar. Ich könnte jemand aus Run sein oder Kant. Das sind halt die Völker, die Sauron dienen, die menschlichen. Und wenn ich jetzt Uruk oder Ork wähle, dann bin ich einfach ein Uruk oder Ork. Ja, das wären so die Charaktererschaffungsoptionen, was ich selbst gespielt habe. Bisher waren zwei unterschiedliche. Und zwar einmal der gute Selegion hier, der ein Elf-Ausbruchteil ist. Und Grobsug-Katschak. Grobsug-Katschak ist ein Uruk, der Sauron dient. Und ich muss gestehen, ich hatte mit ihm mehr Spaß. Aber das ist, weil ich mit Selegion die Unterschiede dieses Mods noch nicht so kannte. Okay, wir laden jetzt also mal ein Spiel mit Grobsug. Schauen wir uns an, was so geschieht hier. Grobsug steht gerade mit seinen 60 Mannen etwas ungünstig nah an Minas Tirith. Aber der Krieg hat bereits angefangen. Und das sollte man erwähnen. Es gibt in diesem Mod halt zwei Phasen. Und ihr fangt an. Zum Beispiel der gute Grobsug fing hier an in Moralon. Das ist das schwarze Tor. Was halt hier reinführt dann zu Barad-Dur. Und dem eigentlichen Mordor. Da fing er an. Und man fängt an in einer Phase, wo der Krieg noch nicht angefangen hat. Und der Krieg fängt erst an, wenn der Mod entschieden hat, dass ihr jetzt auch stark genug seid, um irgendwie beizutragen in dem Krieg. Es ist kein Timer, der da läuft, sondern es verfolgt halt, wie stark der Spieler geworden ist. Und wenn der Spieler stark genug geworden ist, dann beginnt der Krieg. Und dann läuft halt viel mehr hier durch die Gegend. Das ist auch ein Grund, warum ich traurigerweise fast, fast diesen Mod verbannt hätte. Das ist einer der Gründe. Also verbannt hätte von meiner Platte. Es ist einer der Gründe. Ein anderer Grund ist, halt in dieser ersten Phase trifft man eigentlich von den Gegnern nur gelegentliche Scout-Partys und kleine Gruppen. Oder Gruppen, die einfach viel zu groß sind. Und dann der zweite Grund, um das zu zeigen, müsste ich den guten Grotzbuck mal bisschen laufen lassen. Nämlich irgendwo hin, wo er zu seiner Fraktion zurückkommt. Also hier ist der Krieg, wie gesagt, schon im vollen Gange. Und West-Ost-Gilead und Keandros sind schon an Mordor gefallen. Ich liebe es, das zu sagen, Mordor. Niemand geht einfach nach Mordor hinein. Doch, doch. Und sie kommen auch wieder heraus, wenn sie Uruk sind. Okay, also schauen wir mal. Müsste gleich ein Ist-Ost-Gilead sein. Okay. Denn am Anfang stehen hier, ich hoffe, hier steht jetzt mal wenigstens einer. Nein, alle unterwegs im Krieg. Am Anfang stehen hier halt dann die ganzen Anführer lässig locker rum. Und geben euch Aufgaben. Und nicht nur die, sondern auch... Sondern auch... Ja, hier gibt es auch so eine Form von Guildmaster. Und auch die haben Aufgaben für euch. Und durch diese Quests wachst ihr. Wenn man jetzt allerdings nur die Aufgaben von den Anführern nimmt, dann sind die am Anfang noch relativ langweilig. Das heißt, man findet sich als Postbote wieder, der Briefe von einem Ort zum anderen bringt. Deshalb am Anfang sollte man zwar auch ihre Aufgaben annehmen, aber auch immer die von diesem Guildmaster, den man halt trifft. Und um diese Leute zu treffen, genauso wie die Option zu haben, hier zum Beispiel den Stall und den Schmied zu besuchen, muss man, wenn man ganz neu ist... Nein, falsch. Muss man, wenn man ganz neu ist, erstmal erforschen, wie das ganze Gebiet eigentlich aussieht. So, hier haben wir halt Ausgilias. Und da sieht man eine Sache, die den Mord echt famos macht. Und das ist, dass die ganzen Orte hier wirklich mit ziemlich viel Liebe zum Detail nachgemacht wurden. Das vernichtete Ausgiliad, das nicht so vernichtete Ker Andros, wo ich stolzerweise Uruk, der ich bin, auch bei der Belagerung dabei war und beim Fall. Obwohl ich, ich gebe es zu, ich bin umgefallen, wie das bei Belagerungen halt so üblich ist. Aber man sieht, die Orte sind sehr, sehr schick gemacht. Ich zeige euch auch nochmal das schwarze Tor, das sieht auch fantastisch aus. Und halt, wenn ich jetzt hier rumlaufe, dann stehen hier halt manchmal Orks rum und dann haben wir da halt den Schmied dabei und den Händler und so weiter und so fort. Okay, das ist eine Sache, die anders ist an diesem Mod als an, ähm, am Standard Mountain Blade, einem Vanilla Mountain Blade. Und, ähm, wenn ich Mountain Blade sage, meine ich Mountain Blade Warband für die Puristen. Ähm, und, und diesen Mod. Eine andere Sache, die anders ist, zeige ich euch auch nochmal. Wenn ich jetzt hier auf die Reports gehe, dann sehe ich hier oben, Grotzbuk Katschak ist Sklaventreiber von Udun. Das ist der vierte Rang von Mordor. Er ist unbekannt in Isengard, unbekannt in Harad, unbekannt in Kant und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt noch ein paar weitere, ähm, ich glaube, ich habe alle Fraktionen, die für das Rang kämpfen, aber falls ich dann übersehen habe und würde sie besuchen, käme auch das hier in der Übersicht dazu. Das heißt nicht, dass ich nichts getan habe für Isengard, Harad, Kant und so weiter, sondern das heißt einfach nur, dass ich nicht genug für sie getan habe, um, ähm, bei ihnen anerkannt zu sein. Denn sobald man auf Rang 1 ansteigt und höret, höret, jetzt wird es kompliziert, ähm, bekommt man, bekommt man, ähm, sogenannte Ressourcenpunkte. Und die Ressourcenpunkte sind von jeder Fraktion einzeln. Ressourcenpunkte sind in diesem Spiel wie Geld. Das zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen genauer. Ähm, man gibt sie halt aus, um zum Beispiel neue Truppen, ähm, zu kaufen, um neue Ausrüstung zu bekommen, etc. Und, äh, dann halt dementsprechend auch, muss man darauf achten, dass man immer genügend Ressourcenpunkte von der Sorte hat, die man halt für die Armee, die man dabei hat, auch braucht. Sprich, meine Armee besteht fast nur aus Mordor-Soldaten, unterschiedlichster Art. Und jede Woche, wenn die bezahlt werden wollen, in Anführungsstrichen, dann kosten die mich halt Ressourcenpunkte, ähm, von Mordor. Und diese Ressourcenpunkte bekomme ich halt nur auf zwei Arten. Entweder ich erfülle Quests, ähm, auf drei Arten, um genau zu sein. Entweder ich erfülle Quests oder ich verkaufe Ressourcen. Ähm, ich kann ihnen auch ausgebildete Soldaten zurückgeben. Das ist auch eine Art von Ressource, in Anführungsstrichen. Und letztendlich bekomme ich jede Woche halt entsprechend meinem Rang Punkte. Das heißt, jetzt im Moment bekomme ich, glaube ich, ähm, ich bin nicht ganz sicher, 100 oder 125 oder so pro Woche. Das reicht nicht aus, um meine Armee, ähm, aufrechtzuerhalten. Aber sobald der Krieg losgeht, macht man sich eigentlich um die Ressourcenpunkte weniger, weniger im Kopf. Solange man ein bisschen puristisch bleibt. Nur was halt der Nachteil ist, ist, dass, ähm, ich doch hin und wieder zurückkehren muss nach Mordor, um zum Beispiel, ähm, dann, ähm, Eisen und etc., also was man findet, loszuwerden. Das ist eine andere Sache, die auch anders ist in diesem Mod. Ähm, hier sieht man zum Beispiel, ich habe im Moment 10.166 Ressourcenpunkte von Mordor. Und, ähm, natürlich längst nicht so viel bei, bei den anderen. Doiguldur und Mordor teilen sich eine Währung. Also, ist das nicht so der, der Punkt. So, das Spiel hat, ähm, auch, also, hat ein paar Mods, die es auch benutzt, die, die vielleicht Leute kennen. Zum Beispiel der Verletzungsmod. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, ich glaube, Moment, View Character Report. Ja, ich habe zum Beispiel ein, ähm, eine schwere Beinverletzung momentan. Und die Verletzungen gehen nach einer Zeit wieder weg. Also, es passiert auch nicht jedes Mal, wenn man umgehauen wird, aber es kann passieren, wie mir ist es jetzt zum Beispiel passiert. Ähm, das gibt Abzüge auf Attribute, zum Beispiel in seinem Fall auf Reiten und Athletik. Aber, na gut, er ist immer noch ein Kampfschwein, er ist schließlich ein Uruk. Ähm, aber das sollte man nicht vergessen. Das ist eine ganz nette Sache eigentlich. Und, äh, nach einer Zeit, wie gesagt, gehen die Verwundungen meist auch weg. Wenn man Pech hat, dann kann es sehr, sehr lange dauern. Ich warte jetzt schon eine Weile darauf, dass sie weggeht, aber ich hoffe, irgendwann geht es sie wieder weg. Ähm, ja. Dann, Moral etc. ist eigentlich relativ wie im, im Standard Mountain Blade Warband. Und, Trades ist auch ein Mod, der, ähm, mit drin ist. Da muss man bestimmte Aufgaben halt erfüllen. Dann bekommt man, ähm, Trades dazu, wie zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Schwurbrecher oder ähnliches. Das ist auch so eine kleine Änderung in diesem Mod. Okay, gehen wir nochmal, ich habe euch das schwarze Tor versprochen und der schwarze Tor sollt ihr kriegen. Gehen wir also mal zum schwarzen Tor. Übrigens, auch die Gebiete können gefährlich sein. Das hier ist zum Beispiel am Anfang ein sehr gefährliches Gebiet, weil das hier ist, ähm, Etilien. Und wer läuft durch Etilien? Wer die Bücher kennt? Natürlich die Waldläufer von Etilien. Das heißt, hier kann man öfter mal überrascht werden von Waldläufern am, am Anfang. So, ein bisschen schneller nach Morannon, bitte. Als Org-Anführer hat man dann natürlich auch, also, auch die Völker spielen sich unterschiedlich. Als Org-Anführer hat man dann öfter auch mal, wenn die Armee zu groß ist, halt, ähm, ein paar aufmüpfige Kleine, die dann denken, dass sie bessere Anführer sind und muss dann halt das eine oder andere Duell mal bestreiten. Das kann passieren. Und was man noch machen kann, ich weiß gar nicht, nein, ich habe keinen Gefangenen dabei. Was man als Org noch machen kann, ist, wenn man menschliche Gefangene nimmt, kann man sie schlachten und dann bekommt man Essen. Also Menschenfleisch, worüber natürlich Orgs ungemein happy sind. Noch eine Sache, solltet ihr auch anfangen als Org oder Uruk. Wundert euch nicht, wenn eure Ausrüstung nicht so pralle ist. Um genau zu sein, ein Uruk fängt an mit einem, ja, mit einem Speer. Und keiner Rüstung. Das ist alles, was euch Sauron losschickt ganz am Anfang. Je nachdem, welche Fraktion man nimmt, zum Beispiel mein Bruchtal-Elfter, der fing mit eigentlich relativ anständiger Ausrüstung an. Also nichts Überwältigendes, aber doch schon ein Bogen, ein ganz gutes Langmesser und eine Rüstung. Aber er konnte nicht meckern. Ja, hier hingegen musste sich alles erkämpfen. Ups! Moment, bevor wir zum schwarzen Tor gehen, hier sind ein paar Deserteure. Die probieren wir uns doch gleich mal zu schnappen. Ah, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mir entkommen werden. Ah, tut mir das nicht an. Komm, Leute wollen sehen, wie wir euch abschlachten. Angst verleiht Flügel, wie man hier wieder sieht. Es muss mein schwer verletztes Bein sein, dass sie mir so leicht abhauen. Kommt schon, bleibt stehen, Feiglinge. Das hier sind übrigens die Dead Marshes. Und wenn man die besucht, also es gibt einige nette Easter Eggs hier. Wenn man die besucht, dann sieht man halt auch die Toten, die im Wasser schwimmen. Und es gibt noch einige andere sehr schöne Stellen hier. Und ich glaube, ich gebe jetzt mal auf, die kriege ich nicht. Die sind wirklich zu schnell. Sie haben zu viel Angst. Und außerdem tut mir mein Bein weh. So, wir gehen stattdessen erstmal nach Moranon. Und da ist es auch. Das schwarze Tor. Und das ist am Anfang nicht ganz so schwarz. Aber irgendwann, wenn der Krieg anfängt, dann sendet Zauron halt auch seinen Schatten aus. Und ich glaube, es ist auch Dusk jetzt. Aber, ja, hier ist es, das riesige schwarze Tor. Und wir stehen direkt davor. Ja, sehr schick gemacht. Wie gesagt, es gibt sehr viel, also was die Welt angeht, haben sie sich Mühe gegeben. Sie haben nicht ganz Mittelerde umgesetzt, sondern nur den Teil, wo der Krieg drin spielt. Also er erwartet nicht, Halblinge zu spielen. Und er erwartet auch nicht, Legolas, Frodo, Gandalf und Co. zu treffen. Weil die haben ihre eigene Missionen. Und ihr habt die Euro. So. Hier huschen kleine, eklige, einfache Orks rum. Aber hier zum Beispiel wäre der Moranon schief. Und der ist am Anfang nicht so freundlich zu einem. Der kann einem halt zum Beispiel Aufgaben geben. Was hat er denn für mich? Okay, er will, dass ich ein paar Goblins trashe. Das ist natürlich mittlerweile ein bisschen unter meiner Würde. Aber, was soll's. Nehmen wir doch mal an. Und einige von diesen Quests sind halt Quests, die über den ganzen Zeitraum gehen. Das heißt, die Goblins kann ich jetzt wahrscheinlich eine ganze Zeit lang jagen. Und jedes Mal, wenn ich halt eine Gruppe erwischt hab, kann ich zu ihnen zurückkommen und kriege dann Ressourcenpunkte. Und andere sind halt dann so Einmalsachen. Manche muss man allein bestehen. Die meisten kann man mit seiner Crew halt machen. Und wenn ich jetzt mal hier zur Höhle der Anführer gehe. Hier, wie gesagt, am Anfang, wenn der Krieg noch nicht ausgebrochen ist, sind hier einige Anführer. Eine faule Ratte. Nämlich der Mund Saurons. Der begibt sich natürlich nicht raus aus Moranon. Sondern der herrscht von hier. Und auch der ist am Anfang nicht so nett zu einem. Aber hat vielleicht auch Aufgaben. Ja, in diesem Fall wieder eine langweilige Aufgabe. Er möchte, dass ich einen Brief überbringe an das Uokai River Camp. Naja, wenn da nicht so ein großer Mods wäre, dann würde ich's wahrscheinlich nicht tun. Aber naja. Buckeln. So, das Uokai River Camp ist auch eine ganze Weile lang, eine ganze Ecke weit weg. Das ist, glaube ich, irgendwo hier hinten. Hunting Camp, River Camp. Da müsste ich also hin. Durch ganz... Und ich müsste marschieren durch ganz... Oh... Rohan. Was natürlich für ein Uruk meines Formats überhaupt kein Problem sein sollte. Okay. Machen wir uns also erstmal auf zum Uokai River Camp. Gucken dabei... Ob ich die lästigen Goblins sehe? Nein. Aber ich hoffe, wir finden ein paar Gegner unterwegs. Wäre jetzt sehr, sehr schade jetzt. Sonst nicht mal. Die hier oben sollten auch... Jeder kennt, der die Bücher gelesen hat. Oder aber... Ähm... Ja. Oder aber die Filme gesehen hat. Wie gesagt, das sind sehr viele nette Easter Eggs und Details von... Ja, der Ringe hier drin. Ähm... So. Wo wollten wir hin? Uruk-Hai River Camp. Richtig. Richtig. Eine weitere Besonderheit ist auf jeden Fall auch, dass die Rassen doch recht unterschiedlich sind. Das heißt zum Beispiel, bei den Orks hat man viele Truppen. Und die brüten schnell nach, sozusagen. Äh... Die sind natürlich nicht so toll wie Elfentruppen. Und die Elfentruppen natürlich, ähm... Obwohl sie besser sind, haben... Haben nicht so eine... Also haben nicht so viele Truppen. Und man wird oft in eine Situation kommen, wo man halt... Ähm... Neue Rekruten sucht und sie nicht findet, weil es einfach nicht so viele gibt. Dafür sind die, die man findet, halt, äh... Doch ziemlich stark und ziemlich gut. Ah, Isengard. Was hat wir nicht? Oh. Outcast von Dunlend. Ja, da helfen wir doch mal kurz. Gegen wen kämpft ihr denn? So, hier sieht man auch schon ein paar Vag-Reiter. Und meine heldenhafte sonstige orkische und numenorische Armee. Und ich schätze, die trashen wir jetzt mal recht fix. Oh. Alle chargen bitte. Und ich gehe mal mit gutem Beispiel voran. Was die verschiedenen Truppen angeht, die sind halt nicht nur optisch, äh, eigentlich sehr gut entworfen, sondern... Oh, das muss wehtun. Sie sind nicht nur optisch sehr gut entworfen, sondern, ähm... Sie sind auch, äh... Sie haben auch unterschiedliche Sprachausgaben. Die Menschen sehen auch wirklich alle anders aus, die menschlichen Truppen. Äh, so ein Soldat von Gondor. Sie... Wandert halt eher so in Richtung, ähm, mittelalterlicher Ritter. Äh, so ein Rohan, ähm, Krieger sieht schon wieder anders aus. Die Elfen sehen ganz anders aus. Die Rivendell-Elfen sehen schon wieder eher in Richtung Ritter aus. Die von, ähm, Lodorian sehen halt mehr wie die Waldläufer aus, die sie dann halt normalerweise sind. Und so weiter. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Truppen in dem Mod. Und das ist auf jeden Fall was, was sehr hübsch gemacht ist, so. Hier haben wir auch ein paar Gefangene, und die glücklicherweise Menschen sind. Das ist nicht schlecht, denn ich glaube, uns ging das Essen aus. Und wenn ich jetzt hier mal einen von denen anklicke, und mit ihm rede, dann denkt er, ich könnte nichts Schlimmeres mit ihm tun, als ihn in Ketten zu legen. Was will ich sonst noch? You happen to be our next dinner. Guards, slaughter him. Und zack, haben wir wieder einmal mehr Menschenfleisch. Da freut sich doch die Crew. Machen wir das noch zweimal. So. Ja, wie gesagt, Orks ernähren sich gerne von Menschenfleisch, und unsüchtlich haben auch meine schwarzen Numenora, etc., die ich dabei habe, nichts dagegen. Gefährten gibt es hier auch zu finden. Dann muss man halt das richtige Standing haben mit der Fraktion, ähm, wo sie zugehören. Hier können wir auch mal wieder ein paar Truppen upgraden, besonders diese kleinen Spinner, die gerade erst in die Armee gekommen sind, hier. Äh, ich glaube, ein paar Archers können wir auch noch brauchen. Und, schon kostet die alle wieder mehr. Nein. Ähm, ja. Ja, dann geht so ganz langsam halt die, die Eroberung voran, und, äh, von, von Sauron, etc. Das ist auch noch ein Unterschied zwischen, ähm, also zum Vanilla, und zwar, wenn ich jetzt hier gucke, dann gibt es hier auch den Faction Strength Report. Und da, am Anfang fangen alle Fraktionen an, auf einem Stärkelevel, wo sie eigentlich, wo sie nicht angreifbar sind. Denn erst, ähm, wenn die Punkte so etwas unter 2000 fallen, die, also, wenn ihre Kraft unter 2000 fällt, was man halt dann durch Angriffe auf ihre Versorgungs, ähm, Züge, etc. und, und Gefangenentransporte, etc. machen kann, dann werden ihre Burgen, äh, ihre Festen angreifbar. So, Gondor zum Beispiel ist jetzt weakened, und deshalb geht die Eroberung da rasch vorwärts, als direkte Nachbarn von Mordor. Mordor ist sehr stark. Ähm, Rohan, steht auch bald auf der Abschussliste. Aber zum Beispiel die Zwerge von Erebor halten sich noch tapf, weil Lothorien ist auch noch nicht angekratzt. Imladris, also, Bruchtal ist auch noch zu stark. Und so weiter. Also wird als erstes, aller Wahrscheinlichkeit nach mal, ähm, Gondor fallen bald. Und dann geht das so weiter. Allerdings ist natürlich, es kann auch andersrum sein, hier zum Beispiel Moria, das sind die Goblins in Moria, die, ähm, und Trolle, die nähern sich auch so langsam mit der Grenze, weil dem wird von den Elfen, äh, drüben zugesetzt. Und wenn die unter 2000 fallen, dann kann es auch sein, dass Moria fällt an die gute Seite. Und das hält halt das Ganze interessant. Man kann dann halt auch, wenn man, ähm, man kann auch die Anführer von den Fraktionen bitten, dass sie einem, ähm, Ressourcen halt zur Verfügung stellen, um sie einer anderen Fraktion zu geben. Wenn jetzt ein Verbündeter zu schwach wird, dann könnte man sagen, hey, Mordor, äh, 8000 ist eh zu viel. Hier, gib doch mal den Jungs in Moria was. Und dann, ähm, kostet mich das ein bisschen Einfluss mit Mordor, wenn ich das vorschlage. Aber, ja. Einfluss ist, ähm, hatte ich glaube ich schon erklärt, aber Einfluss ist halt, und damit kann ich dann halt, ähm, auch zum Beispiel Anführern später sagen, wenn ich einen bestimmten Rang habe und den richtigen Einfluss, hey, ähm, du, folge mir, wir machen jetzt was Cooles zusammen, wie zum Beispiel die Stadt da klein hauen. Wobei man selbst, soweit ich weiß, in diesem Mod keine, ähm, Belagerungen selbst einleiten kann. Man muss warten, bis die Fraktion soweit ist, denn wäre es anders, wären einige Krieger auch sehr, sehr schnell vorbei. Also es macht Sinn. Ja. Das war eigentlich das, was ich, ähm, zu dem Mod erzählen wollte. Also er ist wirklich wunderschön gemacht, sehr gut gelungen. Eine Sache, die man machen sollte, ist, man sollte Speichern von Zeit zu Zeit oder Autospeichern einstellen. Denn, ähm, wenn man jetzt alles so installiert hat, wie ich es euch erklärt habe, also die drei Files hintereinander installiert hat, dann ist der Mod ziemlich stabil. Aber es gibt trotzdem noch Sachen, wo er hin und wieder mal crashen kann. Und zwar, ähm, mir ist es passiert bei, ähm, diesem Menschengeschlachte, dass er da einmal abgestürzt ist und, ähm, was dieser Mod auch hat, sind Zwischensequenzen, also Cutscene-Filmchen, die in dem Mod gedreht sind und zwar ziemlich gut gedreht sind. Und, ähm, auch da ist es mir einmal passiert, dass er abgeschmiert ist. Also ich würde von Zeit zu Zeit speichern. So, Grotzbuck schnappt sich jetzt hier diese, ähm, Verräter hier, diese, diese, was sind das denn eigentlich? Orks von Isengard. Naja, Isengardern kann man eh nicht trauen. Ähm, die fallen auch, sobald dann die guten Völker gefallen sind. Ja, das ist wirklich so in dem Mod, ähm, am Ende, falls die böse Seite gewinnt und Isengard und Mordor noch beide auf den Beinen stehen, dann machen sie unter sich aus, wer denn nun wirklich der Herr der Ringe ist. Okay. Ja, das war eigentlich alles, was ich zu dem Mod sagen, erzählen, zeigen kann. Ähm, wir können hier nochmal irgendwie so zum Abschluss mal einen kurzen Kampf gegen diesen, ähm, Verrätern hier anfangen. Äh, die Kämpfe können recht groß werden. Also, so, ja, den größten, den ich bisher gesehen hab, waren so, äh, ich glaub 600 auf beiden Seiten und Minas Tiris steht ja noch aus. Minas Tiris hat zum Beispiel, ähm, 800, ähm, 800 Granison. Andererseits wird auf jeden Fall auch ein sehr großes Schlachtfest. und ich freu mich schon drauf. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß zuzugucken. Ich hoffe, ihr probiert den Mod mal aus, weil er ist wirklich einer der Besseren. Man muss wirklich am Anfang reinfinden und raffen, wie man die Punkte bekommt und wie man Ränge aufsteigt. Sonst denkt man, oh, was ist denn das? Hier passiert irgendwie nicht viel. Und das ist eindeutig nicht so. Und dieser Mod ist halt eigentlich besser, also besser geeignet für dieses Thema durch die Reduktion, die er drin hat. Weil es gibt noch einen anderen Herr der Ringe Mod, den ich euch vielleicht auch irgendwann mal zeige. Aber ich bin eher ein Fan von diesem hier. Das gebe ich von Anfang an zu. Ja, das war mein Modcast zu diesem Thema und ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir auf jeden Fall ähm, ein Like da und seid noch wichtiger beim nächsten Mal dabei. Und falls nein, dann, was weiß ich, geht weiter oder macht einen Daumen runter. Ist mir auch egal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.